Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Wir schauen uns heute mal an, wie man Beta-Codes für Infinite Warfare bekommt, ohne dass man dafür irgendwie was zahlen muss und ohne dass man irgendwelche nicht ganz legalen Sachen durchführen muss und ohne dass man irgendwie Stress haben muss bei irgendwelchen Gewinnspielen. Die ganze Sache funktioniert relativ einfach und zwar muss man im Prinzip das Spiel einfach bei Amazon vorbestellen. Es ist so, dass Amazon Beta-Codes verschickt, derzeit allerdings nur in den USA. In Deutschland wird es aber bald auch Beta-Codes geben, das seht ihr auf der Amazon-Seite. Im Hintergrund dazu gerade mal ein Screenshot. Das heißt, hier steht eben mit dabei, dass es auf jeden Fall Beta-Codes gibt bei Amazon.de, dass es allerdings noch ein bisschen braucht und dass man diese Beta-Codes ein paar Tage vor der Beta bekommt. Ich weiß dann auch, dass hier steht, dass diese Beta-Codes nur auf der Playstation 4 funktionieren. Das ist nicht richtig, das heißt, ihr könnt bei Amazon vorbestellen, bekommt dann diesen Beta-Code und wenn ihr den Beta-Code auf der Infinite Warfare Beta-Seite eingebt, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr den Code nutzen wollt für die Playstation oder für die Xbox. Das heißt, da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Es ist dann so, dass man das Spiel einfach vorbestellt bei Amazon, gerne über einen der Links in der Videobeschreibung. Sobald man das gemacht hat, wartet man einfach ein bisschen ab. Es ist so, dass Amazon kein Geld abbucht. Ich habe zum Beispiel Infinite Warfare auch schon vor einigen Wochen vorbestellt bei Amazon, habe dort Bankeinzug gewählt und bis heute ist kein Geld abgebucht worden. Amazon bucht das Geld nämlich in der Regel immer am Versandtag ab und das Spiel, das kommt am 4. November raus, wird dann also am 3. oder 2. November schätze ich verschickt und das heißt, am 2. oder 3. November wird dann auch das Geld bei euch abgebucht. Das heißt, ihr müsst euch jetzt erstmal noch keinen Kopf machen. Und falls ihr komplett auf der sicheren Seite sein wollt, dann könnt ihr das Spiel auch einfach vorbestellen per Rechnung. Das bedeutet, dass ihr das Geld selbst überweisen müsst, sobald das Spiel bei euch angekommen ist. Da ihr das Spiel allerdings eh storniert, kommt das Spiel nie bei euch an und von daher müsst ihr auch nie was zahlen. Es ist dann so, dass ihr eben nach einiger Zeit diesen Beta-Code bekommt für das Spiel. Hier ist es dann so, dass ihr den einlösen müsst auf der Call of Duty Beta-Seite. Die findet ihr unter callofduty.com slash infinitewarfare slash beta. Dort könnt ihr dann eben auch entscheiden, für was ihr diesen Beta-Code nutzen wollt. PlayStation 4 oder Xbox One und danach könnt ihr das Spiel eigentlich direkt wieder stornieren bei Amazon. Da gibt es dann auf der Konto-Seite einfach so einen kleinen Button. Da steht dann Artikel stornieren, da klickt ihr drauf. Die ganze Sache funktioniert automatisch. Man nervt auch nicht irgendwelche Mitarbeiter oder so. Das heißt, alles ganz gechillt. Es ist dann so, dass wir natürlich trotzdem noch ein bisschen Luft haben. Die Beta, die startet für die PlayStation am 14. Oktober. Erst ein knappes Monat später kommt das Spiel dann raus und das bedeutet, so ein bisschen Luft hat man auf jeden Fall. Und im Prinzip kann man die Beta auch spielen und kann sich dann danach überlegen, okay, will ich das Spiel jetzt vielleicht doch bestellen bei Amazon oder will ich stornieren? Das heißt, man kann sich das auch nach der Beta überlegen. Genug Zeit ist da auf jeden Fall. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. So leicht kommt man an Beta-Codes. Alles komplett einfach. Macht euch da nicht wirklich einen Kopf und macht euch keinen Stress, irgendwie an Beta-Codes zu kommen. Und ja, das war es dann sonst mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr weiterhin Videos zu Infinity War versehen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne auch eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir hören uns beim nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.